Ich habe ihn runter geschubst. Ne, da ist er noch. Oh, hin ist er. So, erledigt. Puh, haben wir das. Wie befreien wir den da? Interagieren. So. Jetzt ist er geschützt anscheinend und dann muss ich nur mal die Bombeblatt machen und dann passt das. So geht das. Haben wir den. Und er fliegt davon. So was nennt man Geiselbefreiung auf Luxuriös. Witzige Mission irgendwie. So. Coole Sache. Schauen wir weiter. Nächste Geisel. Eine haben wir sicher noch. Geiselrettung. Ist markiert und zwar da unten. Jetzt müssen wir nach unten. So, die Legion sucht uns da oben rechts. Das ist der... Da merke ich gerade. Juhu. Holla. Zu weit nach unten flogen. Ah. Da rechts ist die Geisel. Oh, jeez. Erledigt. Besser. Oh, komm her Geisel. Oh nein, da fliegt die Kugel. So komm auch Geisel retten. So, und dann suchst du die hier gemütlichen... Links raus und fertig. So, ich frage mir nur, wo wir diesen Schwarzmarkt-Posten herkriegen. Vomälen kontrollierte Posten. Also müssen wir irgendwie diese Posten einnehmen. Und dann kriege ich Aufgaben oder so. Irgendwie scheint das zu gehen, ne? Machen wir mal so eine Patrouille in Auftrag. Der ist sicher interessant. Ich muss jetzt die daran stoppen, dass sie die Patrouille hier... Quatsch führen. Mal schauen. Kann ja wohl nur so schwierig sein. Da drüben sind die anscheinend. Lass mich nur nicht gerne überfahren hier. Ja, das sind die... Die drei ausschalten und fertig. Ich heiz' dich ein, Jungs. Jetzt boomt ich gar. So, Stufe 9. Das heißt, der andere hat auch gelevelt. Dann muss man das Team dann wieder wechseln. Alle leveln können. Und da habe ich was gefunden. Ist das, was ich denke, es ist? So, erledigt. Das hat ja ganz gut funktioniert. Das ist ja nicht so schwierig. Also, Geiselrettung. Da haben wir das von vorher. Das wurde resettet. Das probieren wir dann jetzt einmal. Dann links oben. Es ist wieder ganz oben, oder was? Oh. So geil, wie du hier rumhüpfen kannst. So, wo müssen wir jetzt hin? Ganz rauf ist ja das nicht anscheinend. Na, geh rauf. Boah, ich backe. Scheiße. Back, back. Da oben hätten wir nur was. Sehe ich gerade. Das hat wir vorher ganz übersehen. Jawohl. So, wo müssen wir jetzt hin? Wo ist der Scheiß? Da oben. What the fuck? Ist das dynamisch? Das war da vorher nicht da. Hm. Wo kommen wir da rauf? Halleluja. Oh ne, der hat er schon wieder. Und dann die von mir. Bisst euch. Da müssen wir rauf. Dann noch einer, oder was? Oh ja. Junge, ich mache weg. Und danke für den Heal. Sehr freundlich. Wo kann ich da jetzt rauf, ohne dass er mir im Sack geht? Danke. So, wie kommen wir da jetzt nach oben? Da rein vielleicht. Kommt man da weiter? Oh, hier kommen wir rauf. Das ist schon mal gut. Oh, mir rauf. Mir rauf. Mir rauf. Backe. Liebe ist, wenn ich backe. So, da geht es noch weiter rauf. Da soll irgendwo diese scheiß Geisel sein, oder was? Äh. Die Markierung? Oben. Also noch weiter rauf. Kommt mir rauf. Kommt mir rauf. Rauf, 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 rauf. Oh, wie das bugt manchmal. Uh. Das ist die Geisel? Muss ich die Bombe hinmachen? Funktioniert oder nicht? Ja, das funktioniert. Okay, das haben wir. Hingekriegt. Was macht der da? Gebäude putzen oder was? Ich wusste, da gibt es nur was. Always room for more. Ich backe hier ganz schön rum manchmal. So eine Klitscherei. Penta aus. Läuft. Übersicht hier. Ah, scheiße. Scheiße. Ich wollte ja eigentlich nach oben. Egal. Und bug wieder. Ach, ich will nach oben, Mann. Kommst nicht drauf. Keine Chance. So. Nein, du Arschgeburt. Lass mich rein da. Blöde Schild da im Weg da. So muss man sich jetzt nach oben kämpfen. So. Oben, 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 oben. Wow. Das wollte ich haben. Da drüben gibt es auch nur einen. Jetzt muss ich nur irgendwie rüberkommen wieder, ey. Aber klar. Äh, nochmal geht eine drauf. Da scheiße drauf jetzt. Scheiß drauf. Nochmal wandere ich da nicht mehr drauf. Das interessiert mich nicht. Das ist viel zu weit. So, was haben wir denn jetzt? Also, Geiselrettung. Haben wir noch eine? Das habe ich doch gerade gemacht. Sind das, äh, wiederholbare Aufgaben? Ich bin schon so langsam vor. Hallo, Aufzug? Also, so kommt es mir das vor. Ja, schön, die eine Geisel machen, oh. Und ich glaube, das sind... Wie sagt man? Äh, wiederholbare Aufgaben, also. Random Aufgaben. Im Leveln war man nicht so blöde. Im ersten Stock anscheinend. Nein. Tschüss. Komm wieder rein. Ja, toll. Diese blöde Geisel. Da drüben. Ja, genau. Das mit der... Ey, willst du mir das machen? Arschen, Jungen. Ja, toll. So, jetzt komm her. Hau ab. Ja, funktioniert. Geisel gerettet. Das müsste es jetzt... Was machst denn du da? Danke, dass du auf meine Kiste aufgepasst hast. Sehr freundlich. Was machen die Leute hier im Dach, äh. Eben ist ja faszinierend. So, ich wette, jetzt ist wieder eine Geiselrettung da. Ja, sag ja. Das ist, äh, ein bisschen random, glaube ich. So, Legionsversteck. Was haben wir denn da noch? Mayhemlieferung. Mach mal das. So, so, und zwar ist das... So, und zwar ist das... Das? Cool. Das ist, äh, ein bisschen... Das ist, äh, ein bisschen... So, das ist hier oben. Ein Rennen mit einer geilen Pick-up. Das ist ein bisschen schwierig mit dem Pick-up da. Boah, das ist ein schwieriges Fahrzeug. Alter, dann drängt er nur so einen Wichser da, ey. Was soll denn die Scheiße? XKI, verpiss dich. Das ist natürlich kacke, fängt der nur an zum Drängen hier. Wow. Wow, Gegenverkehr. Hau ab. Jetzt bin ich wegen diesem Arschgesicht da nur falsch gefahren, ey. In diesem Pisser. Weck da, Zivi. Alter, schleicht dich, du Missgeburt. Das ist ja lästig, ey. Du lästig? Wow. Jetzt ist er hinbesau, oder? Meine Karre raucht aber auch schon, das Problem. Hau jetzt ab, Junge. Das ist für eine Drecksau. Dringendvolle. Eine Missgeburt, so eine Elende. Egal, wie schnell du bist, der ist immer schneller. Das ist zu groß, ey. So, jetzt schnell rüber da. Juhu. Meine Karre raucht wirklich sehr viel. Oh, da ist Ziel, da muss jetzt noch ein, boah. Oh, läuft. Sehr schön. Geschafft. Boah, das war mies. Wenn die dich verfolgen, ist das richtig gut. So, da. Sie ist Stufe 5, das finde ich gut. Jetzt kann ich die endlich leveln. Das wollte ich eigentlich machen. Und da tauschen wir jetzt dann wieder einen aus. So, dann gehen wir mal leveln. Und zwar. Kernverbesserung. Haben wir Kerne? Jo. Was könnte ich dir denn geben? Feuer 2, soll ich im Falle ab? Ja, das kann man nehmen. So. Verbesserungen, was hast du denn schönes? Und zwar. Verringer die Zeit bis zur Scharfstellung der Falle. Hm, was gibt es sonst noch? 5% auf Zeitschaden. Dass es stärker ist, das ist vielleicht auch nicht so blöd. Schwachpunktschaden. Hm. Ja, das ist die Frage, wie ich den mache. Ich weiß ja nicht mehr, ehrlich gesagt nicht. Hm. Ja, nehmen wir mal das. Ah, ehrlich gesagt, Leute. Ah, warte mal, da habe ich sogar noch einen. Ha. 15% da. So, das ist der normale Bogen, glaube ich, der Schwachpunktschaden. Und Gadgets, was hast du denn da? Du hast eine neue Passive. Und zwar haben wir das. Was der Zeitdingsbums länger dauert? Und könnte das hier haben? Ja, das brauche ich nicht. Okay, dann ist das schon so okay, wenn wir das haben. Bei dir. Was gibt es denn da? Ah, zwei Punkte kann ich dir geben. Und zwar geben wir die Gesundheitsregeneration noch weiter auf. So, dann hast du nämlich richtig hoch. 3% haben wir jetzt schon mehr. Also der ist gut geskillt jetzt. Das läuft so. Und die Tante. Besserung. Dass die Erholung bei Überhitzung der Waffe schneller geht. Das könnte man auch brauchen. Plus 4% Schildneustart. Das da. Naja, genau. Das ist bei Überhitzung die Waffe schneller, wie der Red ist. Aber ich nehme mal das da. Das ist wichtiger. Dass ihre Spezialfähigkeit wieder Red ist. Ganz gut. Ach, der hat Leben. Bist du der? Ihm geht's gut. Okay. Ich nehme mal das. So. Dann können wir weitermachen. Karte. Wo sind wir denn? Zwei Rennen haben wir. Was ist das da? Ah, das ist eine large Reihe. Ich weiß schon. Entdeckungslauf. Die Operation. Da kriege ich einen Agent. Aber das brauche ich jetzt im Moment gar nicht. Schau mal hier. Stoppen Sie die Legionspatrouille. Dann machen wir das. Dann nehme ich gleich zwei nebeneinander. Das ist richtig praktisch. Was ist das denn da so blöd? Was ist das denn da so blöd? Dann machen wir natürlich alles mit. So, fahren wir zu unseren Missionen. Musst man ja mit denen nicht dran, ja, gerne. Ein Fahrzeug. Okay, das mache ich platt. Das ist eine Nebenmission. Ich glaube, das sind wiederholbare Missionen. Kommt mir langsam vorher. Hammer da rüber. Ist wurscht. Woo. Oh, oh. Hau ab. Hier muss es irgendwo sein. Okay. Nein, da. Oh. Hat sie sogar erwischt. Das wundert mich. So, Leute. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut's rein. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich. Schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018